Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute ein Special zu einer neuen Kobi-Reihe. Wir nähern uns mit großen Schritten dem neuen Katalog 2024 Nr. 4, der uns bereits einige spannende Ankündigungen angebracht hat. Nun wurde eine ganze Serie angekündigt, die jedoch nicht ganz so neu ist. Mit zwei Bildern wurde die neue Kollektion offiziell angekündigter Spruch Make Rome Great Again deutet an, dass es die Serie bereits gab. Die neue Serie trägt den Namen Imperium Romanum. Wir vermuten, dass es sich hier um ein Remake der Romance and Barbarians Reihe handelt. Nach Reaktivierung der Jeep Lizenz, dem neuen Gebäude und den Weihnachtssets folgt nun die bereits vierte Kobi-Themenreihe, die ein Update erhält. Es handelt sich dabei um Sets des Römischen Reiches, die bei Kobi damals mit Women's and Barbarians betitelt war. Sie beinhaltete verschiedene Sets, etwa Festungen mit Belagerungsturm und Wachposten, römische Katapulte, eine Balliste, das Trojanische Pferd, Galeren, ein Thron und Streitwagen. Wir zeigen euch hierzu einige Bilder und ein Werbevideo. Kurzer Hinweis dazu, bei einigen Videos müssen wir die Tonspur ersetzen, da wir zwar das Video an sich zeigen dürfen, aber keine gesonderte Lizenz für die dort verwendete Musik haben. Kobi Minifiguren Evolution Urteilt man nach dem Upload-Datum des Werbevideos sind die Sets vor 14 Jahren erschienen. Seitdem hat sich bei Kobi viel getan. Auffällig sind beispielsweise die damals verwendeten Minifiguren, bei denen es sich um Kobi-Figuren der ersten Generation handelt. Diese ähneln den Figuren des Marktführers sehr. Nach einem Rechtsstreit, der bis 2001 andauerte, änderten sich nicht nur die Themengebiete bei Kobi, sondern auch die Figuren, die sogar heute noch weiterentwickelt werden. Zuletzt war das Gesicht verändert worden, um es noch realistischer zu machen. Wir hatten in unserer Kobi News Nummer 67 berichtet. Ein erstes Rendering der neuen Minifiguren wurde bereits gezeigt. Bei ihnen handelt es sich um römische Legionäre. Offizielle Ankündigung und welche Sets dürfen wir erwarten? Kobi hat bereits bestätigt, dass es sich nicht nur um ein Set, sondern eine ganze Serie handelt. Zunächst teaserte Kobi die neue Serie mit nur einem Bild an, das uns jedoch viel verrät. So sind beispielsweise ein Römerhelm mit Rüstung und Schild, ein Aquila, dies ist ein römischer Legionsadler, ein römisches Pilum, die typische Fernwaffe des römischen Legionärs, sowie einige Säulen zu sehen. Begreift man diese Gegenstände als Hinweise auf kommende Sets, gäbe es neben den Römer-Minifiguren Gebäude oder Gebäudebestandteile sowie Waffen. Da Updates bereits bestehender Sets bei Kobi gang und gäbe sind, könnten wir demnach mit Ballisten oder Festungen rechnen. Battle Packs bestehend aus römischen Legionären wären eine gute Ergänzung der Serie. Die ersten Sets der Serie sollen bereits im Herbst 2024 erscheinen. Nachtrag Als wir mit diesem Video begonnen haben, gab es lediglich eine Ankündigung in Form dieses Bildes. Die Bilder zum Minifigur sowie dem ersten Set folgten später. Das erste Set mit der Setnummer 20068 heißt Roman Onager, also einem römischen Katapult und besteht aus 170 Teilen. Mehr Infos zu diesem Set und vermutlich bald folgenden neuen Set-Ankündigungen seht ihr in unserer kommenden Kobi News Nr. 72. Also denkt an Abo und Benachrichtigungsglocke, um das nicht zu verpassen. Die Sets findet ihr als Ankündigung bereits in unserem Onlineshop auf trendgames.de und sobald die Veröffentlichungsdaten und Preise feststehen, könnt ihr sie dort natürlich auch vorbestellen. Also schaut gerne mal rein, wir freuen uns auf euch. Was haltet ihr von der neuen Themenreihe Imperium Romanum? Und glaubt ihr, dass noch weitere der alten Kubi-Themenreihen neues Leben eingehaucht wird? Diskutiert das gerne mit uns in den Kommentaren. Zum Schluss habe ich an dieser Stelle noch links und rechts eine Videoempfehlung für euch. Und dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen und verbleibe bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen!